hallo ihr lieben holly vom whiskybass hier erstmal bevor ich anfange muss ich mich bei dem udo entschuldigen ich hatte ja gesagt heute gibt es ein schotten aber wie das so ist es kommt immer ganz anders als man denkt und das liegt in diesem fall an dem besuch in kiel letztes wochenende da hatte mich der udo aufmerksam gemacht auf dem whiskyfood pairing und konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen außerdem endlich mal wieder hoch in den norden ist auch schön und das hat sich auch voll gelohnt naja und dann war ich natürlich wenn ich schon mal in kiel war bei einem meiner lieblings whiskyläden und habe diesen whisky hier entdeckt der last feather von journeyman distillery durfte ihn auch probieren es ist ein whisky und als ich ihn probiert habe dachte ich das ist meiner und da muss ich ihn natürlich direkt mitnehmen ihr kennt das aber da wir letzte woche den rye von jim beam hatten dachte ich passt es diese woche einfach gut im anschluss wenn ich den jetzt auch vorstelle dann hat man den auch mal so ein bisschen im vergleich genau und hier noch mal das design bisschen näher ich finde und es sieht halt auch wirklich schön aus also das muss man auch ganz klar sagen ihr kennt mich ja inzwischen bisschen marketing ist immer gut brennerei selbst wurde in einer ehemaligen korsettfabrik errichtet und liegt im müchigen der gründer und auch brennmeister bill welter hat er hatte das rezept für den rye whisky aber in der coval distillery perfektioniert und auch quasi so ein bisschen mit erfunden und das lag daran weil er dort einfach lernen wollte dort wurde auch der erste rye whisky von ihm abgefüllt im fässer abgefüllt und dann zur journeyman distillery transportiert die distillerie liegt im ravenswood viertel in chicago und in anlehnung daran hieß der rye whisky eigentlich auch ravenswood rye whisky aus rechtlichen gründen durfte das aber nicht sein anscheinend es gab da wohl einiges an hin und her naja und letztlich blieb quasi die letzte fehler des rahmen übrig und darum heißt dieser whisky dann last feather rye whisky so kam das ein bisschen so noch ein paar worte zum whisky wie wir wissen schon von letzter woche und wie es der name ja vermuten lässt wird rye whisky aus roggen natürlich gebraut und hier haben wir im gegensatz zu letztes mal statt 51 prozent 60 prozent roggen und die 40 prozent sind keine mais sondern weizen tatsächlich beides wurde oder beides sind getreidearten bei der distillery selber ganz organisch keine chemie zu setzen und so weiter also wenn ihr so wollt ein reiner bio whisky er hat auch zwei goldmedaillen in der oder auf der san francisco world spirit competition gewonnen und er reifte dann in white american oak barrels hat 45 prozent an trinkstärke und ich habe batch 84 von 556 falls das wichtig ist so ich habe hier ja schon mal ein geschenk wie ihr sehen könnt und das ist eine schöne kupferfarbene farbe schön naja ihr wisst was ich meine und dann schauen wir doch mal ob er die goldmedaille verdient hat das ist wirklich kein vergleich zuletzt mal wir haben hier nicht diese krasse süßwolke sondern wirklich die schöne würze vom roggen aber das schön in kombination dadurch dass wir weizen anstatt mais haben haben wir auch schöne fruchtige fruchtige aromen von orange banane ist dabei und was leichtes so was wie melone auf jeden fall wirklich lecker wenn man da noch weiter riecht und ihm auch ein bisschen zeit gibt kommen dann noch so was wie nüsse raus und so ein bisschen shortbread und dann im abschluss quasi übernimmt der roggen wieder an der würzigkeit das ist einfach ein ganz tolles zusammenspiel aus mehreren sachen also wirklich ein sehr komplexes aroma sehr lecker verspricht definitiv auf mehr schauen wir mal der ist echt lecker da muss man echt ein bisschen sich erstmal sortieren man hat natürlich wieder diese würzigkeit von morgen klar alles andere wäre auch ein bisschen komisch aber gleichzeitig haben wir so diese diesen süßen unterton vom weizen super kombiniert mit so fruchtigen sachen pfeffer kommt durch minze auch minze kommt auch durch sehr lecker auf jeden fall aber auch wieder so was wie auch die fruchtigkeit wieder die wir in der nase hatten holz lecker holz kommt durch und ganz so zum schluss auch so ein bisschen zimt und so ein bisschen nelke aber wirklich gut eingebunden auch hier haben wir einfach ein ganz tolles wechselspiel aus dieser würzigkeit vom roggen aber auch gleichzeitig kombiniert mit diesem süßen unterton vom weizen und nach richtigen schönen frucht ich geil also der schmeckt mir wirklich gut und man schmeckt auch immer wieder was neues also immer mehr umso mehr man dann trinkt umso mehr entdeckt man und so das finde ich halt voll schön ich meine das kennt ihr selber alle das ist richtig toll aber er ist jetzt nicht so komplex dass er krass überfordernd wäre das gar nicht das ist sehr angenehm man freut sich eher auf den nächsten schluck um zu sehen was man dann wieder entdecken kann und der abgang ist so ja so mittelang der war letztes mal länger tatsächlich aber auch hier kommt holz durch die würze kommt durch und auch so ein bisschen ingwer und er wird im abgang trocken finde ich persönlich aber gut ich mag das aber ja doch sehr lecker und hier ist es das was wir letztes mal ja schon angesprochen haben es gibt dry whiskies na klar die sind komplexer und haben mehr kanten der gehört definitiv dazu es ist einfach ein tolles wechselspiel aus roggen und weizen also es ist wirklich wirklich gut bin für 36 euro bekommen und das ist einfach ein top preis leistungsverhältnis für das was man bekommt sowohl aromatisch als auch im abgang und im geschmack natürlich einfach ganz toll man entdeckt immer wieder was neues ja freut sich auf den nächsten schluck und ich finde ihm wirklich sehr gelungen es ist sehr harmonisch sehr ausbalanciert trotz der komplexität und es ist einfach ein leckerer whisky wer weil whisky mag ist hiermit eigentlich ganz gut bedient dem finde ich wirklich toll und natürlich ich weiß ich weiß er sieht halt auch schön aus spielt für viele ja nicht so die rolle aber ist egal für mich schon jetzt wird es mich natürlich wieder interessieren wie immer kennt ihr den und wenn ja habt ihr denn da ganz andere notes oder deckt sich das oder wollt ihr was ganz anderes empfehlen ich freue mich auf die kommentare und ich wünsche euch ein schönes wochenende habt eine schöne zeit und ich sage bis zum nächsten mal bei bei also aber und die cobalt ist die cobalt was wollte ich sagen